Believe, you've got to believe, you've got to believe. Timberland, die Marke für qualitätsbewusste Abenteurer. Das gebürstete Edelstahlgehäuse ist mit einer interessanten rauchgrauen Plattierung versehen. Schwarze Akzente auf dem Topring sorgen für einen spannenden Kontrast. Auf die fein ziselierte Krone ist das Logozeichen graviert. Fest verschraubt bietet der Boden Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Sportlich und dynamisch – diese Uhr findet garantiert viele Einsatzmöglichkeiten. Im typischen Timberland-Look präsentiert sich auch das Armband. Geschlossen wird es mit einer Dornschließe aus Edelstahl. Bei der 3 kann das Datum abgelesen werden. Die Zeiger sind mit umweltfreundlicher Leuchtmasse versehen. Die anthrazitfarbenen Zahlen sitzen leicht erhaben auf dem satinierten Zifferblatt. Garantie und Bedienungsanleitung gehören zur Geschenkpackung. Baub Seven. Abропjöd Haben regardez und in 버리는 Be。 Also!